In deinem Word-Dokument kannst du deine Überschriften automatisch nummerieren lassen. Hierbei ist zu beachten, dass das automatische Nummerieren nur funktioniert, wenn deine Überschriften auch als solche formatiert sind. Markiere hierzu zuerst deine Überschrift. Im Register Start musst du in der Gruppe Absatz auf Liste mit mehreren Ebenen klicken. Dadurch öffnet sich ein Dropdown-Menü. Hier kannst du unter Listenbibliothek eine Liste per Mausklick auswählen. Die Überschriften in deinem Dokument werden jetzt nummeriert. Wenn du eine Überschrift auswählst und die Tab-Taste drückst, wird die nächste Ebene in der Liste verwendet. Also, wenn du eine Überschrift hast, würde ich eine Überschrift machen. Ich würde mich auf einmal nach Hause verwendet, dass du ein Beispiel für eine Überschrift hast und dann drei Minuten überhört. Dann wäre es gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020